Musik 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 Und wir wollen nicht länger hinnehmen. Es ist eine Schande, was in Europa passiert, mitten unter uns, dass ein Orban einen Zaun von 175 Kilometern wieder Mauern in Europa baut. Es ist eine Schande, wie kleine Kinder und Familien und 25.000 Menschen mindestens in den letzten Jahren an Europas Grenzen gestorben sind. Das ist Europa nicht würdig und das ist Menschen nicht würdig. Deswegen sind wir hier und wir sind aus Trauer und aus Wut und weil wir das nicht mehr länger hinnehmen wollen hier. Musik Musik